Präde muss heilen. Damm. Du musst das jetzt machen. Ohne Scheiß, Schatz. Komm, bitte. Oh, Schnucki, perfekt. Wunderbar hier. Super, Schatz. Schatzi, Schnuckiputz. So. Wunderheil. Äh, René, bitte. Steven, nachladen. Jetzt kommen die. Alter, die können Granaten werfen. Jetzt hab ich aber grad ein bisschen geschwitzt, ey. Der eine hat zwei Leben. Den fang ich. Den muss ich fangen. Aber René darf nicht drauf gehen, Mann. René hat zu wenig Leben. Okay. 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 Du machst Feldposten an. Und du bleibst da schön stehen, wo du bist. War mal ne Wunderheil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, glaube ich, hat der. Ja, komm, ihr wollt doch, komm, ihr wollt doch, komm, kommt doch hierher. Gott sei Dank, ey. Nein, das ist der Mitte 2, ihr Leben. Oh, Janik trifft. Oh, nee. Warum muss denn ausgerechnet der laufen, hä? Ja, nee. Das gefällt mir echt ziemlich gut, wie du da stehst. Weil es auch eine volle Deckung ist, aber... ...wichtig jetzt trotzdem mal nach hier. Jetzt nach. Nee, du kannst Gefechtsgänger, ja. Das gefällt mir eigentlich viel besser, aber... ...bringt mir grad auch nix. Ich habe jetzt alle Mutants da gekillt, oder was? Ach, nee, Niko. What do you mean? Zack, weg. Feierabend. Oh, 2 Damage ist natürlich immer ärgerlich. Habe ich einen Schweber schon gefangen? Ja, einen Schweber habe ich schon gefangen. René. Bringt mir hinten nix. Brede ist jetzt auch... ...hat jetzt auch ausgedient mit seinen... ...Heilungen. Hallo. Steven? Steven? Steven optimal. Gut. So, ich werde jetzt passieren irgendwas. So. 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 Gut, dann bleibst du gleich liegen, muss ich hab was gehört. Jetzt mal nach. So, was passiert jetzt? Ist auf jeden Fall so ein Schweber-Boy. Du bleibst mal hier auf Feldpost. Du bleibst auch mal auf Feldpost. Steven macht auch Feldpost. Agade stellt sich mal hier hin. Du machst auch Feldpost. René macht auch Feldpost. Falls hier irgendwas passiert, ballern alle. Okay, hier ist irgendwas. Oh man. Drei dünne Männer. Dünne Mannas. Die hab ich glaub ich auch noch nicht gefangen. Ja? Nein. óc? Would you like? Ja? 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 yo ich glaube so langsam kann ich mal hier nachrücken natürlich keiner feldposten aktiviert es war wieder richtig blöd was haben die heute für zielwasser gesoffen rené ist natürlich zu weit weg was denn sonst okay das geht nicht nico feierabend mit dem hm tja rené na rené hat es einfach nur drauf würde ich einfach mal drauf zack durch die tür aber den anderen machen wir jetzt einfach nur abwarten rené wird jetzt noch mal eine kassieren vier schaden aber du fängst ihn jetzt auch okay eventuell kann man die auch nicht betäuben das zweite mal dass das viel schlägt mission erfüllt oh gott was für eine mission oh ne ahhh das ist ja wer steht hier oh ich habe ein land verloren naja gut war ja irgendwann auch klar oh gott medicalzahlen pro anwendung zusätzlich viel gesundheit wirklich zwei reflexe bei feldposten statt nur einem hier dicker healer alter dicker healer fünf tage fünf tage 200 man jetzt ja jetzt ist das wieder so eine sache baue ich jetzt eine einrichtung oder nicht weil sonst hatte die patroolzentrum wäre natürlich mal wieder nicht schlecht also ich kann das schon mal ausheben hier schon mal ein ne eigentlich nicht hier baue ich schon mal eine werkstatt und hier baue ich ein labor boah gut diese kraftwerk energie habe ich noch genug jetzt baue ich noch einen aufzug sie ich hasse das geld hier offene aufträge ey warte mal ich habe voll die gute idee warte 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 ey wie geil geht das bitte soldaten rede bewaffnung so so das offene aufträge was ich habe da ein plasma gewehr oder was ist das was ist denn das wieso geht das nicht das war grad voll die gute idee ach das ist ein leichtes plasma gewehr ach ne naja müssen wir wohl den schmerzmarkt besuchen paar schwerwelle ich mal weg hauen brauchen wir nur 6 von ach 50 money dünner man machen wir überhaupt nicht eigentlich machen wir mal 10 raus 2 chrysalin machen wir auch weg Handel abschließen ägypten feierabend großbritannien russland das sind das sind länder mit geld die darf ich nicht verlieren wenn das jetzt so wenn das ein bisschen realistisch ist ähm was kostet denn mhm ah die kann ich ja sowieso nicht bauen das stimmt ja da war ja was ich bin ja nicht hier und gehe ich jetzt in die gießerei mache hier scope upgrade das den brauche ich nicht verbessertes medikit ich mache lieber scope upgrade ich sage bescheid sobald die produktion beendet ist scope ah vier tage alles klar ratsbericht 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 bitte 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 neues projekt